Musik Jo, okay! Du hast mich vielleicht gerade noch ewig gezockt, aber jetzt... Zusammen mit David, ich hatte in der Monsterfarbe und David auch hier, damit ich besser levelte wie du und... Ah, wieder hier ist voll komisch. Ich hab ewig keinen Minecraft... Letzter Minecraftweb mitgezockt. Ich auch nicht, Alter. Also wir haben letzte Woche aufgenommen, und ansonsten... Ah, ich nicht. Vergessen. Schöne ich weiß aber ansonsten war ein schon ein paar Monate lang nicht mehr ich glaube wir haben insgesamt in den letzten acht Monaten 10 Folgen aufgenommen oder zwölf ja aber auch noch ein bisschen Voraus oder ja ja auf jeden Fall wir haben jetzt noch 24 Folgen da liegt ein bisschen iTunes rum einer Woche nicht mehr da ist es gar mal ein Diaspett in die Kiste gewesen auch wenn wir die Kämpfer zu starten wir fahren auf jeden Fall Level in der Monster Farm oh 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 obwohl ich will mich nicht ins Wasser stellen n okay ja schon nicht ähm so ein Spaß was hier sind ja eigentlich so viele Creeper Creeper Ibar ich glaube du sie möchtest ganz gut verschwert haben und jetzt schadet in dem Moment ein Level wir wollen noch kein zwei Mal schauen ich war noch ein Level dann gibt es mein Gewicht gerade oder bezüglich ganz kurz ähm so haben das Bild verkürzt werden ja auch nicht groß mit Schwergruppe also schon schärfer aber auch wir sind auch Gott schon Fahrt 2 3 Monster wie der Weg durch die ganzen Löffel ich weiß ja ich meine ich selbst doch du kannst ich rede mit dem Monster das ist sehr gut das wird der U ja natürlich so dann rede ich nicht mit der Monster Farm ja das frage ich mich auch ich hab das Gefühl wir haben keinen Demanden mitgenommen kann das sein ähm kann es sein dass ich jetzt nix ich hab dir als dabei war echt ne hab ich nicht ach genau ich hatte mich dabei wegen dass dir ich hab grad in zu einer Inventar und dass dir Schwärzer zu dir dann werde ich jetzt erstmal ganz kurz einen Bogen entschieden und danach werde ich kurz Dias holen so ich hätte nicht keinen Bogen ich hätte nicht keinen Bogen übertreib auf jeden Fall stärke viel das lohnt sich schon mal ich brauche Lappes ich krieg zwar keine Level aber das ich hab schon nur Zeit durch als ob wir hier keine Ahnung haben das ist ein Scheiß-Monster-Fahrer mit Bierbund ich hab Hunger äh ja mancher Brötchen ich hab gesteckt ich hab gesteckt dann bin ich hab ich hab die Ehre ich hab Prozent KFC halb leer gemacht als wir gegangen sind deshalb wir hatten zu Ende Pelle werfen und äh dann wie kriegt die Löffel nicht da da aber jetzt kommt nicht alle Wasser gesammelt jetzt gleich kommt ein bisschen weniger Mobs leider Alter ich seh nix mehr ich seh nur die Level ja keine Level so nice ok wir jetzt grad 33 vielleicht sogar zwei Sachen zu entscheiden dann mach ich erstmal einen Bogen dann mach ich noch zwei oder drei Schwerter auf jeden Fall oh jetzt sind das nicht so ultra wenig Mobs nur also wir brauchen jetzt erstmal ein paar Level und dann entscheiden wir äh dir Schwerter für Plünderung und dann gehen wir Wither Skelett farmen Jo so viel Brauenmehl kannst du daraus machen und ganz viel Gunpowder hast du auch noch hier ich hol mal direkt ein Stack soll ich ein Stack Tears holen oder ja ich würd nämlich gerne auch noch deine Rüsthoflecht für dich entscheiden oder so oh jo das wär eigentlich nicht ach du willst jetzt äh erstmal Wither Skelettens fahren ja ja ich will gleich auf jeden Fall Wither Skelettens fahren weil äh es wird so ewig dauern es sind noch sechs oder sieben Folgen bis zu Folge 900 und da würd ich schon gerne Wither machen 900 oh ich sag wollte ich zu Folge 1000 Ende also ich zu Folge 1000 wird ja auf jeden Fall 1,9 draußen sein da würd ich gerne äh den neuen innerdrachenfalt machen ja ich frag mich ja ehrlich gesagt ob das äh neu ob der ob der Drachen dann neu spawnt in 1,9 oder nicht wenn nicht ein bisschen nether end einfach ganz neu machen scheiß dann auf die enderfarm die hat eh nicht mehr richtig funktioniert in letzter Zeit äh End ist auch eh jetzt ganz anders es gibt jetzt eh so ein zweites End kannst du sagen ja stimmt aber der Spade kann enderfarm ein bisschen wie so oder so äh dieses End glaube ich neu machen also ja weil da jetzt spaw ich einfach mal nix mehr wohl da bin ich mir nicht sicher weil äh theoretisch äh dieses zweite End in Anführungszeichen ist ja eigentlich nur in einem Radius von 1000 oder so von der Hauptinsel weg und deswegen könnte man auch machen dass das einfach spawnt wenn man da hingeht weiß ne ach so deswegen weiß ich ob das neu generiert wird komm du erstmal tausend Blöcke dahin ey ja klar warum müsste ich da hin bauen oder so das ist natürlich scheiße deswegen würde ich auf jeden Fall das End neu machen mit FC8 oder sowas Joke äh warum bist du weg ja ich weiß LOL die Spinne ist eiskalt rausgekommen echt jetzt ah doch ja doch die kommt vorne ein bisschen raus aber ich weiß nicht ob die ganz rauskommt ne die ist ganz rausgekommen ja echt das hatte ich bisher gar nicht so dann hol ich mal einfach mal Joke wie viel Gunpowder wir eiskalt haben ich würd's einfach mal 4 Steaks nachles alter das ist scheiß drauf wir haben noch ein paar Steaks und ein Steak wird da was muss ich sagen gut 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 in der gut 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 Torede bis Roque die Kieler 5 bis zum Beispiel zuerst aber mit der Kontrolle mit PS4 Kontrolle das ist viel geiler muss ich also ich hab keinen aber Prozent z.B. Marco hat Prozent mit dem Kontrollen direkt so viel besser als die Leute mit der Statur okay ich werde damit sind weil du kannst ja die PS4 Kontrolle haben und das Aufladekabel da dran machst kannst du da mit dem PC4 Kontrollen aufzocken weil ich sicherlich richtig geil weil äh ich zog die ganze Sessence Creed die ich nur für den PC hab äh nur noch mit dem erhält das so geil ich hab noch so ein Gammel Controller und echt der ist tausendmal besser als dieser Gammel Controller ich will jetzt nicht sagen von welcher Firma der ist das mit uns bei Rocket League ist extrem von Vorteil im Controller zu haben ich hab leider keinen aber also ich würd sagen wenn du mit Controller spielst bist du auf dem Skill Level von mir äh und ich hab schon ziemlich viel Erfahrung da drin und zwar von Anfang an wirst du wahrscheinlich so gut wie spielen wie ich ungefähr nice find ich gut also ich bin jetzt schon Level 21 oder so Profi und du führst wahrscheinlich mit äh Level 1 schon so gut als ich alter weil mit Controller spielt man so viel flüssiger als mit der Tastatur ja das glaub ich ja auch ist auch viel einfacher eigentlich aber bei Rocket League ist es irgendwie so äh ich hab voll die Phasen wenn ich das spiele ich hab jetzt halt als ich gekauft hab hab ich erstmal innerhalb von 3 Tagen äh irgendwas mit 30 Stunden 40 Stunden gehabt und dann hatte ich noch die nächste Woche hab ich auch noch viel gespielt und jetzt hab ich ja seit fast 2 Wochen nicht mehr gespielt oder anderthalb ich hab irgendwie, ich fahr ultra lange nicht mehr am PC selber doch das war schon ich glaub 3 Wochen lang nicht mehr am PC ey der EF war echt krass alter wie der Aufbahn Langtag hat und so ich find das schon übertrieben ja erstens wegen Langtag und zweitens wegen all dem was war ich find ich wundere mich überhaupt nicht dass ich so so wenig Leute für äh Stufensprecher und sowas gemeldet haben ganz im Ernst da geht auch noch was von der Freizeit drauf das macht auch keiner ich wollte mich melden also ich wollte aber ja aber wollte mich nicht selber melden weißt du am Anfang haben sich irgendwie 3 Leute dazu nur gemeldet das war voll krass und dann melden sich plötzlich 8 und sie werden plötzlich 18 vorgeschlagen ja ist so und die Hälfte davon soll ich hier unterschlagen nein äh und dann äh ist einfach mal die Hälfte wieder weg ja ist so Mann ich wollte eigentlich ich schufe früher wenn man kommt geht auch du warum es wurde als Skelett hat Nein ich hab'n Bogen Stärke 4 Unendlichkeit 1 und starkes reingekriegt nein ich hab' noch nicht ich hab' selbst gar kein mehr glaube ich oder ich hab' noch einer leuchten vor den Gallenbogen aber der ist fast kaputt leider das ist ja ich hab' noch nicht ich hab' noch ein bisschen Knochen ich hab' noch ein bisschen Lapis rein und die Lias da mach' ich noch ein Schwert für dich oder für mich hin also wenn Plünderung draufkommt ist es für mich wenn nicht Plünderung draufkommt ist es für dich danke ne weil äh wir brauchen zwar beide Plünderung aber wenn jetzt keine Plünderung draufkommt dann kriegst du das geschenkt das meine ich damit verstehst du was ich meine ja was kommt drauf Verbrennung 2 auf jeden Fall das ist schon mal nice Haltbarkeit 3 Schärfe 4 Verbrennung 2 Alter das ist richtig nice 1 bis du einfach kein Plünderung draufkommt ich überlegs mich gerade Junge Julian du hast was gesagt du würdest auch Band 4 haben nein 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 okay kriegs dafür aber dafür stärkst mich damit dafür tötst mich damit nicht dafür tötst mich mit dem Schwert nicht ist dir Junge du nach einem Schlag bin ich tot ne äh hier sind die Schilder nur ein Kümmerer aktiviert deswegen kommen die hier raus die Slaps sind weg und die Schilder Go die an nein du musst du musst nicht draufschlagen ja du hast jetzt ein besseres Schwert zu kriegen Schilder rüber draußen äh hast du hast du Slaps bekommen ne ne oh oh gehts Wasser gehts Wasser gehts Wasser jetzt Wasser gehts Wasser bobo Alter gehts nein nein hey was für ich hab dich gar nicht erschlagen what the fuck scheiße aber jetzt bist du bei der Iron fuck ich hab ne Plattform rüber gebaut damit du spawnen zum Notfallfall zu nein fuck zum Notfall spawn öfter du spawnst irgendwann auf der Plattform drauf ne nein das war nicht das Problem ich bin wahr auf der Plattform ich bin da was hinter gegangen fuck ich brauch nein creeper 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 ich brauch blocke ich brauch blocke fuck jetzt hab ich das Wasser zugemacht ich Idiot duuuhh ich hab das Wasser zugebaut ich bin so dumm ich hoffe deine Sachen sind auch da ja deine Sachen das ist das Schwertsamt da das ist eigentlich das wichtigste nur das ist Eiserüstung gewesen ja stimmt schon und das Essen ja ich muss dann gleich jetzt mal die Farmer reparieren sag wenn du da bist obwohl man sich auch ECO will kurz sag wenn du da bist dann geh ich hoch und bis dann warum ist es halt nur noch ein Villager in dem einen Kasten ja eben das ist voll komisch dann kann ich auch gleich mal gucken wie viel Eisen wir haben ja hab ich letztens schon rausgeholt aber äh also sei froh wenn es jetzt ein halber Steak ist muss aber nicht sein 55 und was echt? 50 wo nice ich hab letztens den rausgeholt mit der Aufnahme also wo ich richtig Bock drauf hätte auf so ne äh extreme hills bett ja das ist ja über die Welt die wär geil irgendwie stimmt das wär echt nice das stimmt da könnte man dann auch weil man irgendwann mal ein Bizet macht für dich das wahrscheinlich auch in so einer Welt vielleicht machen da habe ich noch da haben wir alle noch außerdem also er hat Pech gehabt auch unterlo Arie und Pech gehabt da 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 vielleicht auch Junge je oh nein mein Baum der irgendwie nicht baum ich weiß ja ich hab ich hab ne ja ich hab ja abgebrannt weil er hier stand irgendwie ein Weg rum und ich hab keine Ahnung was er damit machen will und so schwarz euch in Holz einfach verbraucht das war's das ist okay ich wusste nicht was ich damit tun soll und ich hatte langweiler oder hat man irgendwie ich hab gedacht ich baue vielleicht so gigantischen Penis also das der das Laub da oben wird dann so Penis so eichelförmig und dann richtig geile Idee da ist richtig geil gewesen da ist noch so groß wie Lennerts Turm Jo klein meine Kleine der kleine wenn sie das ist sie wollte ich dachte wird sein so klein wie Lennerts Turm ja klar so klein wie Lennerts Turm der winzig hallo auch da noch bis die Charakter und dann in die mich und ich bin ja und dann bisschen Glas da oben an der auf der Eichel kann man von der Eichel gucken die Aussicht kühlt sich wie ein Spermium oder vielleicht mach ich da so ein Loch und machen Aufzug in der Mitte da kannst du da rausgeschossen werden geil als würdest du wie so ein Spermium rausgespritzt werden das ist das ist echt das ist eine gute Idee das fände ich auch echt geil egal wo du hinfliegst du stirbst das ist das ist auch gut also das verrate ich nicht aber das verrat' sie nicht verrat' sie niemandem ne wäre auch dumm da sich jemandem zu erzählen ja wie soll ich sterben wie weit bist du ich bin gerade äh am Hafen vorbei ok oh ich könnte jetzt mal runterfallen hier bitte ich weiß nicht ob ich die gerade eher defekt gemacht habe oder wie ich da habe ich jetzt bin ich glaube das hätte er nicht geholfen Mama 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 ich muss mal die Schildern hier abmachen ich glaube die Schildern sind nicht zu gut ich glaube die Schildern sind nicht zu gut ja die Pype haben echt Spaß mit mir ne geil freut mich was für Spaß denn in welcher Art äh exklusiven Spaß das ist dann vielleicht nicht so geil in meinem Park und das dann vielleicht doch wieder geil oh ja sehr schön sauber exklusiven Marsch keine Scheiße mehr dran kleben ich bin ja immer noch für so ich bin ja immer noch für so'n Best of von Davids äh ich steh' immer vor ey das schau mal vor du würdest das wirklich machen wow das war jetzt Nabels stell dir mal vor Nabels 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 hab ich den Teil mal eigentlich gestartet ja aber dazu muss es spät sein damit sowas nicht länger oder du musst Energy Duits oder sowas zu tun haben das ist zwar extra aber trotzdem lustig ey dann komm ich nicht besuchen und rammel deinen PC das ist halt mal so behindert der ist immer noch geschürzt fürs Leben ab und zu schmitte ab deswegen oh das hat sich gereift oh shiiiis da muss ja ne Weisheit sein ja und vor allem richtig oi oi schon ist wieder dieser steinernde Penis da geil der da runterhängt geil oi o ganz endlich aber wirklich so mit diesem äh ext diese Extreme Hits ist das wär ultra geil mhm wie ist die Option nochmal bei der Welteinstellung weiß ich nicht auf jeden Fall die ist gekennzeichnet ja hihihi 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 was würde mich ein Level kosten ein Demandschaft mit einem Demanden zu operieren wow dann mach ich das lieber nicht Hallooo ich bin zu Hause ja ok ich hab was mitgebracht von der Arbeit geil kannst du mit ein paar Pfannen machen oder so kannst du besser beraten und schneller essen machen was ist das da unten so ein kleiner Babyzombie wie süß warte ich wohne noch warte ich wohne noch ja ok ich hab nichts hau mich doch nicht du hast gerade Level 80 gesagt du Frauenhauskorn verdient das aber ich arbeite so gut für dich und verzauber immer dein Schwert das macht sogar gar nicht so wenig Sinn ja ok warum nicht wie ist das an der Hand alter ich verzauber immer dein Schwert das macht sogar gar nicht so wenig Sinn hihihi hihihi was für Gedanken haben wir das war's jetzt noch von dieser Folge Let's Play Minecraft in der nächsten Folge seht ihr dann was auf diese Schöne in die Wandschwert kommt und wenn es euch gefallen hat zusammen mit David dann das und tschüss tschüss